Meine Damen und Herren, Ralf Möller, unser Gast heute Abend im Neomagazin ist Ralf Möller und Ralf Möller hat offensichtlich einen Zigarrenknipser. Ja, zeig mal, wie macht man das mit Zigarren? Ganz einfach. Du knipsst ihn jetzt so leicht ab. Und jetzt mit der Seite an. Und dann ein bisschen hochhalten und dann während ich die Anzehnte drehst du das. Drehen schön, ganz ruhig so. Oben lassen, oben lassen. Die schöne Monte Christus. Schön ruhig inhalieren. Warte mal, gib mal her, gib mal her. Man kann es auch ... Warte, 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 warte. Alter, und jetzt? Einfach, man macht es normalerweise mit dem Streich, das ist klar. Aber so, das kannst du auch schon mal so machen. Und jetzt? Und jetzt, ganz cool. Ne, ne, so, ja. Und nicht zurück. Jetzt so ein bisschen. Ja, nein, nein, du musst noch ein bisschen. Warum? So. Na, es ist cool. Paffen, ne? Paffen. Ganz ruhig und ab und zu ein Glas Rotwein vielleicht dazu. Ab und zu? Ab und zu? Komm, wir machen nochmal. Ich hab leider nicht mehr so viel saft. Okay, jetzt geht's. Du musst ziehen, Mensch. Alter, Ralf, ey. Ja, komm. Zieh doch mal. Das ist doch super. Komm, wir lassen mich das machen. Ja, mach das mal. Na, na. Oh, Ralf Möller ist heute Abend zu Gast im Neo Magazin Royale. Und wie ihr seht, lebe ich ganz vegan. Ja. Es wird eine schöne Sendung. Wir reden heute Abend über Bizeps, über Hollywood, über Gladiator natürlich. Über Geheimnisse, die wir jetzt noch nicht verraten werden. Ja, es wird viele Geheimnisse aus Hollywood. Es wird sehr vieles geben. Ähm, wie man umsonst ins Gym reinkommt. Ähm, und ansonsten haben wir heute Abend nicht nur Ralf zu Gast, sondern heute Abend ist auch Lena Meyer-Landruth zu Gast. Das wird ganz toll. Wir haben eine super Aktion. Kleinen Applaus, vielleicht wäre ganz nett. Der Hashtag der Woche lautet... Bambi muss sterben! Weil heute Abend parallel zu unserer Sendung läuft die Bambi-Verleihung in der ARD. Aber unsere Sendung ist wichtiger. Erst unsere Sendung in der Mediathek gucken und dann die Bambi-Verleihung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ralf Möller ist zu Gast. Und vor allen Dingen Lena kriegt den Bambi vielleicht. Wissen wir noch nicht. Publikumspreis. Und, und, äh, toll, also, dass ich ihr nochmal so Schwimmbeibringen kann, du... Schmarrn, das machen wir alles heute Abend. Lena Meyer-Landruth heute Abend zu Gast und Ralf Möller. Ich hoffe, Sie sind auch mit dabei im Neo Magazin Royale. 20.15 Uhr in der ZDF Mediathek, um 22.20 Uhr in ZDF Neo. Und morgen am Freitag, aber da gucken nur alte Leute, morgen die Wiederholung. Die Coolen gucken heute bei Neo. Also, mit dabei sein Ralf Möller und Lena Meyer-Landruth sind zu Gast. Bis später! 22.25 Uhr in ZDF See mit dabei! Untertitelung des ZDF, 2020